Grüßt euch Leute zu Akkredon, das Spiel. Vielleicht wieder mit dem Dobi. Ich bin Dobi. Böser Dobi. Wirklich böser Dobi, was machst du denn? Ich muss dazu sagen, ich möchte nicht mehr spielen, das ist mir zu intensiv. Und jetzt liegen ungefähr anderthalb Minuten. Ich habe das letzte Spiel echt noch nicht verarbeitet. Das Ding ist eh auch vorher vorgeschlagen in der Pause. Lass das anderes spielen, komm mal was ruhigeres. Nein. Ich will Unreal Tournament, ich will Rocket League spielen. Ach ja. Ohne Scheiß, kannst du vielleicht ins Tor, ich will nicht so viel Verantwortung. Kannst du ins Tor, ich will nicht so viel Verantwortung. Dann verliehen wir nicht recht. Neue Staffel, neues Glück. Ich habe zu viele negative Erlebnisse, um wieder Manuel Neuer zu sein. Manuel Neuer ist stärker denn je. Nein. Ich habe einen der Fotzen-Milche geblockt. Ich nehme mal. Ernsthaft. Ich bin ja gar nicht Manuel Neuer, sondern Benjamin Müller. Das wäre nicht gut für unser Spiel. Wollen wir eigentlich mal Formel 1 spielen? Nein. Das ist ja nur kurz angezeigt. Ich habe es deinstalliert. Warum denn? Du kannst auch mit Lenkrad spielen. Wir sind uns eigentlich das Project Cast, wenn mir halt ohne Denkrad überhaupt nicht geht. Einfach mal eine gepflegte Wunde, weißt du? Schön vor W1. Wir werden ja dann auch im Team, weil nicht gegen... Also muss ich dazu sagen, wir spiele eigentlich immer miteinander, aber eigentlich gegeneinander. Weil ich sehe uns jetzt im Rocket nicht als Team. Es geht echt darum, wer am Ende mehr Punkte hat und dafür verantwortlich ist, dass wir gewinnen. Ui. Hab ich gesehen. Benni, das ist deine Chance. Wenn dir der kleine blaue Wichser die Chance nicht kaputt macht. Scheiße, ich wollte... Oh, ich bin doch so unfähig. Ich bin so unfähig. Böser Benni, böser Benni. Hab man das einfach gehört? Hey, ich kann Spaß bleiben. Als ich das Fallout 1 gespielt hab, hab ich mir wirklich mal vor Wut richtig krass auf den Oberschenkel geschlagen. Ich hab einen richtigen blauen Fake davon. Ich war so wütend. Ich hab mich so krass geboxt. Das war ja schon... Boxt dich, Alter. Das war ja so 1 Uhr nachts, da konnte ich ja hier rumschreien. Upsi. Das war deine Mutter. Backt gute Kekse. Geh, Alter. Was? Ja, fast schon weit. Mitte. Ich dachte, du wirst du... Das lege ich dir einmal gut den Ball vor. Deutschland wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Weißt du, wir sind eh schon... Oh Gott, das will. Oh Gott, wie viel Pech kann man haben. Und wie viel Glück auf einmal. Wir sind halt beide gegen die Kante geknallt. Das war so... Das war musst du hier sporen, wenn ich da war. Ja. Der ist drin. Komm, Tobi. Tobi, das ist deiner. Komm. Ja. Schön, Tobi. Also, äh... Ich sage mal, äh... Ich sehe mich ja immer mehr als der Motivator. Der Spieler. Nicht warten. Ich weiß. Lauf, Arne, lauf! Was? Jürgen Klinsmann. 2006. Sommermärchenfilm. Laufen muss der Arne, laufen! Klappt doch! So hat Klinsy das gemacht. Um Gottes willen. Bronze eins, meine lieben Damen und Herren. Da lernt man sowas. Also, dass sowas funktioniert. Wir sollten uns für Rocket League neue Namen zulegen. Bei Steam. Ich würde mich gerne Cristiano Benaldo nennen. Schönes Ding, Tobi. Stolz auf dich. Das ist jetzt auch wieder eine vernünftige Arena, nachdem wir 80 Mal Ozean gespielt haben. Erinnerst du dich noch, als ich meinte, die sollten die ganzen neuen Maps mal im Tour- und Tour-Modus einführen? War ein Fehler. Entschuldigung. Schön die Maps behalten hier, ey. Spielt ihn doch vor, komm Jungs. Ich bin Cristiano Benaldo. Äh, Benaldo. Oh, die ist ja missbewussten. Oder? Jetzt untereinander ist Cristiano Benaldo und Lionel Topsi. Ja, oder irgendwie so. Sehe ich aus wie ein Topsi, Mann! Der Jungs hat sich auch Topsi nennen. Gut, der Einwand ist eventuell berechtigt. Ich bin Boss, Mann! So, Boss! Du, Boss-like! Alter, du kleiner Bastard. Boss-like! Ne, Bastard. Nicht Boss-like. Der fängt da beides mit ne B an. Ist aber ein gewaltiger Unterschied. Dann könnt ihr aber auch für uns zu kuscheln. Ich hab mit dir zwei gekuschelt. Bitte. Ich hab mir den Ball geholt, bin jetzt vor dem Gegner zu und hab dir eine Vorlage gemacht, du kleiner Bastard. Boss! Du kannst ja, kannst ja, kannst ja Bastard nennen. Fällt mir auf, ich muss noch duschen. Das muss man. Einfach, einfach mal. Das gibt es tatsächlich, man kann Cortana fragen, ob man duschen sollte. Ich glaube, das frage ich Cortana nachher mal. Hey, Renni. Hm? Hier bin. Ein Vollidiot, der ein Eigentor schießt? Ja! Ich bin... Ich bin... George, nee. Boss-tort. Ich merke mir auf jeden Fall für die Folge... To-bsi-taubsi. Das wird ein gutes Funplay. Ja, ich kann mir jetzt auch gleich als Dachausatz so einen komischen Taubel drauf machen, wenn's dir gefällt. Ja, gut, dann muss ich das nicht machen. Sacre bleu, bliet. Waren's von zwei verschiedene Sprachen, völlig egal. Guck, und da könnt ihr... Ich hab ne andere Idee. Ich mach den Zlatan Ibrahimovic, nämlich Angelusovic. Nicht lustig. Nein. Okay. Ich glaube, schwieriger ist das Scheiß-Frag mit dem Nitro. Ich hab's einfach nen Lag. Ja, nee, ich hab ihn grad genommen. Ja, das hatte ich aber als Rocket League diesen Server-Lag da hatte. Hatte ich das ja auch. Dass ich das Nitro hatte und ich hatte das dann auch. Und der andere ist einfach zwei Sekunden später auch an. Nach! Kann das nicht einmal klappen und gut aussehen? Ähm, ja. Ja, ich sag's mal. Sag mal, ey, musst du da überstehen? Ich glaube, ich hab den sämtlichsten Nitro weggegrappt, das er auf den Weg lag. Ich hab den eingeblockt. Das war zu hoch. Du, Spastiel. Hättest du dir den hier mal gelassen? Ich hätt ihn reingemacht. Ich bin immerhin Slater Angelusowitsch. Hättest du jetzt auch schön mit dir spielen können, ich den Arm abgenommen und... Nein, nein! Ich nenn mich doch Mario-Gamuss. Ich bin als erster berührt, ich geiler Ball. kleiner Mixer, als wäre es nicht so gezockt. Komm, ich bin jetzt einfach rechte und linke Seite, komm. Ja, schön, Tobi. Jetzt noch einmal schön in die Mitte, dann bin ich da, mach den rein. Äh, oh. Ja, das war A nicht die Mitte, B war da ein bisschen weiß. Oh, Tobi, der könnte, der könnte, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt drin. Dicker war's! Ping! Elf von zehn Leuten dachten, der geht vorbei. Ich war einiger davon. Was hast du für Brausen-Tricks gelernt hab, du? Mit dich musst du den Bringer ahnen, mit dich! Lukasch! Lukasch! Ich bin ein Geschmacher! Bist du behindert? Ja! Bleib doch nicht da rein! Du müsstest spielen in die andere Tore! Was erlauben das? Was erlauben das? Oh Gott! Wiki, ich bereiche das Tore! Du, one, Penis! Ach, ich kann mal GG schreiben. War ein, war ein, war ein guter Game. Ich meine, wir spielen immer noch gegen Brausen-Tricks, Leute. Du kannst mir mal irgendwo, wie gesiedet werden. Haha! Brause 3? Brauski! Naja, und das sehen wir nächstes Mal! Tschüss! Und wer möchte, dass Tobi sich ein Taub-Seo mittennt? Like und Kommentar!